Es ist der 22.02.2022 und wir starten in eine neue Ära in The Hunter Call of the Wild, denn es wurde einiges überarbeitet. Es gibt neue Waffen, die wir uns anschauen und es gibt Verbesserungen im Game und viele Bugfixes. Schauen wir mal rein. Es hat sich einiges getan und das ist auch gut so. Endlich wurden einige Bugfixes überarbeitet. Endlich gibt es überarbeitete Maps und es gibt natürlich neue Waffen. Und dazu kommt, es gibt auch noch 5 Jahre Jubiläums-Goodies sozusagen und die schauen wir uns im Detail einfach mal an. Ich war ja zuletzt hier sehr viel auf der Mexico Map unterwegs und tja, die schmeckt. Die schmeckt. Und diese Map zählt zu den ebenfalls auch überarbeiteten Maps, denn auch hier wurden die Spots der Tiere überarbeitet, die Zeiten, wann die an den Spots erscheinen, die wurden überarbeitet, die Population an sich wurde überarbeitet und ich bin da übelst gespannt. Und, ähm, ich seh's gerade. War dieses Hat schon immer da? Das war doch nicht schon immer da, oder? Kann man das ausschalten? Das will man noch nicht, oder? Das will man noch nicht haben. Will man das? Wir gucken uns natürlich als erstes mal an. Ähm, ich schau mal eben hier rum. Okay, das ist immer noch wenig entdeckt. Ich hab immer noch wenig entdeckt. Und wie gesagt, die Stellen, wo was entdeckt wurde, die sind halt zum Teil eben auch komplett dann überarbeitet. Vielleicht auch jetzt hier wieder verschwunden, wo ich was entdeckt habe. Ähm, die müssen wir jetzt quasi neu suchen. Das zählt für die Map Mississippi, für die Wohonga-Savanne, für Renko und, äh, also diese hier, die Mexico und für Cuatro Colinas. Also, diese vier Maps wurden quasi überarbeitet. Und, äh, ja, das erste, was wir machen, ist natürlich, wir schauen uns auch noch die, die Waffen an. Da bin ich natürlich auch übelst gespannt. Eine Waffe, die man bekommt, auch, äh, ohne DLC, ist ja hier der dicke Fette. Oh, Alter. Da ist er schon. Alten. Der Sundberg 454. Alter, übertrieben. Übelster Rückstoß, Alter Falter. Kaufen. Kostenlos. Haben. Richtig. Den haben wir jetzt. Kompatible Gegenstände. Mh. Okay, die müssen wir natürlich noch freischalten. Da haben wir noch viel zu tun. Ich bin ja auch hier vom Level her noch gar nicht so weit. Guck mal, Stufe 32 hier mit dem neuen Account. Also, da haben wir noch viel zu tun. Aber wir waren ja auch zuletzt schon viel unterwegs mit der Pistole. Das heißt, da geht es in jedem Fall auch vorwärts. Krass. Diese Munitionsart ist frei mit einer übelsten Aufpilzung. Kaliber oder Klasse 4 bis 9. Also, wenn man damit auf Schweinejagd gehen, dann holzt das übelst rein. Durchschlagskraft zwar nur 25, aber mit der Aufpilzung, Alter Falter, das ist ein richtiger Dosenöffner. Da machen wir ordentliche Löcher rein. Krass. Andersrum ist natürlich dann hier die Durchschlagskraft insane auf der Reno. Also, wir kaufen uns natürlich mal so eine Handvoll Munifion. Ach komm, einer mehr für den Spaß. So, 30 Schuss sollten erstmal reichen. Alles weitere machen wir später. Wäre ja auch Schnickschnack. Wir gucken uns das Ding einfach mal eben an. Und ballern den Ballermann natürlich auch mal eben ab. Da ist er. Der Ballermann. Hat einen ordentlichen, satten Sound. Hört sich schon mal ganz vernünftig an. Haben wir hier ein paar Dosen zum draufhalten. Haben wir. Kravems. Geht ordentlich rein. Und da hinten jagt sich schon irgendwas. Verjagt sich schon was. Alter Feier. Macht ordentlich Bäm das Gerät. Also, ich glaube damit werden wir auch schön noch ein wenig rumhantieren und rumrennen. Ne, so sieht man den schlechter. Aber das sieht auch schon ganz vernünftig aus, das Gerät. Geile Sache. Ich freue mir. Dankeschön. Geiles Ding. Für fünf Jahre Jubiläum in dem Game ist das doch mal eine geile Idee. Hat man einen schönen Ballermann, den sich auch jeder holen kann. So, dann gibt es die DLC-Waffen. Ganz frisch. Das neue DLC Modern Rifle Pack mit drei neuen Waffen. Die Zarza 15 Kaliber 22LR. Die 15-223 und die Zarza 10-308. Ich habe das hier an der Seite alles aufgeschrieben. Die ganzen Sachen, damit wir hier nichts vergessen. Die schauen wir uns natürlich auch an. Alter Feier. Ich bin im Bildst gespannt. So, und hier ganz unten haben wir auch schon die Waffen. Damit geht es dann los. Zarza 10. Das ist hier der große Ballermann in zwei Varianten. Einmal so ein bisschen getarnt und einmal in hell, in so einem Beige, in so einem Cremefarben. Sehr nice. Dann haben wir hier die 223. Auch ein wildes Teil, Alter. Ganz, ganz wild. Kommst ja schon bald vor wie... Ja, was ist das, Alter? Eher wie Counter-Strike, oder? Und die Dinger, die kommen mir irgendwie bekannt vor eher aus... 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 Arma oder so. Alter, abgefahren. Was natürlich jetzt interessant ist... Ähm... Nachladezeit, Präzision, Rückstoß, super gering. Hier schon ein bisschen größer. Und hier ballert das natürlich auch richtig rein. Das ist natürlich alles auch der Munition geschuldet. Ähm... Ich würde sagen, wir gönnen uns jedes Mal erstmal ein Gerät. Zack. Geholt. Zack. Das nächste. Da hätte ich gerne das dunklere. Geholt. Und bei dem... Nehme ich dann auch, glaube ich, das Flecktarn. Weil ich auch gerade im Ghillie-Suit rumrenne. Auch geholt. Passend dazu noch eben die Munition. Und da gucken wir natürlich dann eben mal rein. Und hier sehen wir auch schon, Alter, Fall ja... Die 308, die ja vorher noch nicht im Game war. Vier bis acht empfohlene Klassen. Also wenn man damit jetzt auf Hirsch oder sowas unterwegs ist. Oder sogar auf dem Wildschwein. Das drückt ordentlich Löcher rein. Und das haut auch ordentlich durch. Abgefahren. Nehmen wir natürlich mit. Zack. Auch hier nehmen wir erstmal nur eine kleinere Menge mit. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Auch die Munition. Ich teste einfach mal beide Munitionsarten. Und dann gehen wir noch zurück auf die anderen. Beziehungsweise da schauen wir nochmal eben rein. Wie da die Munitionsarten aussehen. Und was wir da für eine Range haben. Wir haben dann hier für die Klasse 2 bis 4 die Range. Heißt also vom Fuchs bis zum Wildschwein. Wobei wir hier natürlich mit der Durchschlagskraft gerade mal eine 20 haben. Das ist wirklich nicht so viel. Das ist wirklich nicht so viel. Da ist das Gerät tatsächlich... Uff. Ich sag mal bei einem Schwein wird es schon tricky. Da muss man schon ganz gut treffen. Auch da nehmen wir natürlich mal ein paar Schuss mit. Bin ich übelst gespannt. Aber ich denke das ist dann tatsächlich eher für Kojote und vielleicht bis zum Reh ganz interessant. Das sollte reichen. Und hier als letztes haben wir dann die Kaliber 22. Das ist die ganz kleine Munition. Nicht die etwas größere von der Coleman. Sondern auch wirklich das ganz kleine Gerät wie von der Viren. Das muss dann natürlich richtig abplöppen. Da haben wir jetzt hier 140 Schuss schon im Sack. Die verwenden wir so. Ich rüste das Ganze mal eben aus. So und damit sind wir ausgerüstet. Also sämtliche Waffen einmal komplett belegt. Auf der 1 dann jetzt hier... Alter. Das ist aber ein dreckiger Sound. Ja man. Übertrieben. Krass. Okay. Okay nur beim ersten Mal in die Hand nehmen. Alter aber wirklich krass. Was für ein... Was für ein dreckiger Sound. Man sieht auch hier... Wir nehmen es mal runter erst. Das Scope erstmal runter. Zack. Zack. Oh guck mal da geht der hier vorne. Kimme und Korn geht hoch. Nice. Richtig cool. Oh. Übertrieben die Ballermänner. Zack. Auch hier. Scope drauf. Mittlere Maustaste. Zack. Scope runter. Oh. Alter. Okay das sieht schon krass aus. Da gehen wir natürlich mal mit schön ins Aim und halten mal eben hier auf die Gänse. Also mit dem hat da vorne drin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nicht ey. Auch da vom Sound her übelst geil. Ähm. Fühlt sich sofort sehr solide an. Vom Gefühl her nicht so wackelig wie die Viren. Deutlich direkter vom Gefühl her. Ähm. Jetzt nochmal mit dem Scope. Man muss natürlich auch treffen und natürlich ein bisschen nachziehen. Also sie verzieht natürlich ganz normal. Ganz klar. Gerade mit der hohen Schussfolge muss man dann natürlich immer ordentlich nachziehen. Aber das fühlt sich übelst solide an. Und sehr sehr präzise. Wenn ich mir vorstelle damit wie gesagt auf Kaninchen oder sowas zu gehen. Ähm. Oder auf diese Hasen und so. Und vielleicht auch auf die Gänse und Co. Und Enten. Das ist sehr sehr solide. Wie gesagt fühlt sich sehr sehr gerade schwer und mächtig an. Auch wenn es halt nur dieser kleine feine Schuss ist. Ähm. Solide einfach. Kann man nicht anders sagen. Das Teil. Alter das ist doch Sturmgewehr alter. Das ist ja krass. Okay. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Die 223. Gucken wir auch nochmal mit dem Scope. Bisschen daneben. Bisschen schwieriger. Verreißt deutlich mehr. Und ähm. Ja. Zieht deutlich mehr nach oben. Aber auch da von der Schussfolge. Gucken wir mal. Kriegen wir es noch schneller hin. Also zieht deutlich hoch. Ähm. Aber geht geht gut rein. Auch das funzt. Und ich denke auch das Gerät. Ja auch mit für für nah. Wenn man unterwegs ist in Hirschfelden. Es rennen wieder ein paar Rehe rum. Man schleicht da rum und die Rehe rennen einen über den Haufen. Dann ist das auch ganz gut und schnell zu handeln. Fühlt sich vernünftig an. Die Frage ist halt inwieweit nutzt man diese Klassengröße. Ne 223 ist halt. Und also nutzt man halt fast gar nicht. Also ich nutze es fast gar nicht. Ja und dann kommen wir hier zum brachialen Gerät. Ich finde ganz geil, dass auch hier die Optiken sehr schön unterschiedlich sind. Ähm. Hier mit der Raute sozusagen. Nochmal ein deutlicher Unterschied. Jetzt bin ich gerade ein bisschen vom Sound. Na doch. Der Sound variiert finde ich so ein bisschen. Zum Teil ballert er mal also jetzt irgendwie heftige Höhen, aber auch schön Wumms unten mit drin. Ähm. Aber zwischendurch ist, klingt er so ein bisschen hell. Gehen wir nochmal rein hier von der Reihenfolge. Ge-Bamm. Ja doch. Ja doch. Schmeckt. Krass. Bin ich, bin ich übelst gespannt. Also das Ding wird richtig mächtig reinhauen. Ich würde sagen, wir machen uns gleich mal auf die Socken. Ähm. Suchen uns was Passendes für die jeweilige Waffe. Ich schaue nochmal eben kurz rein in die News sozusagen. In die Patch News. Was es denn Großartiges noch gab. Ähm. Irgendwas mit dem Geruchsneutralisierer. Da müssen wir mal eben gucken. Inventory. Hatte ich nicht den Geruchsneutralisierer erst. Mh, 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 mh. Da ist er nicht dabei. Da muss ich den mal eben ausrüsten. Geruchsneutralisierer. Hatte ich nämlich noch im Lager. Da ist er doch. Ne, und siehste mal. Nehmen wir den mal eben mit. Inventory. Ausrüstung. Auf der neuen. Ah ja. Tatsächlich. Also Geruchsneutralisierer ist drauf. Und Geruchsneutralisierer wird jetzt von der Dauer her eben auch angezeigt. Ihr seht jetzt unten über den Vierschuss Munition. Unten rechts ist eben auch jetzt. Ja, so eine Zeit sozusagen, die abläuft. Wie lange der jetzt aktiv ist, das ist natürlich übelst praktisch, dass man das nicht rausspamt. Und gar nicht weiß, wie lange oder wie viel hat man noch drauf. Braucht man überhaupt eine Erneuerung oder nicht. Das ist schon mal mega praktisch. Genau, dann wurde das Fadenkreuz hier auch nochmal extra erwähnt. Hilft, ja, zum Anvisieren und so weiter. Ja, absolut richtig. Ich hoffe allerdings, man kann es wieder ausmachen. Ist mir dann doch zu sehr, zu sehr Shooter-Milie. Ich will einfach durch die Landschaft rennen und nicht immer da so einen ollen Kreis rumliegen haben. Das ist halt übertrieben. Braucht man irgendwie nicht zwingend. Des Weiteren wurden auch noch Punkt-zu-Punkt-Transportplätze entlang des Mississippi mit reingebracht. Das heißt, auch da haben wir natürlich noch jede Menge zu entdecken. Das kommt allerdings auch jetzt in den nächsten Tagen noch in weiteren Videos. Heißt also, gerne den Kanal abonnieren, damit du die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann schauen wir uns einfach mal Stück für Stück diese ganzen Erneuerungen auch in den kommenden Videos an. Genauso wie eben dann die Erneuerung auf den verschiedenen Maps und wie sich die neuen Maps jetzt halt gestalten. Also Mississippi, Cuatro Colinas, dann noch die Wohanga-Savanne und Renco del Arrojo. Da wollen wir uns natürlich auch hier umschauen und gucken, wie sich die Veränderungen alle auswirken. Die Schwarzbären wurden übrigens dann auch noch überarbeitet. Die wurden dann von den Fellfarben ein bisschen überarbeitet. Und wenn wir dann die Tiere geschossen haben, wurden die Medaillen, die Anzeigemedaillen geändert. Das sehen wir dann ja gleich auch noch. Und was natürlich ganz wichtig ist, dass die Gänse überarbeitet worden sind. Das heißt, die Gänse landen endlich wieder richtig. Und wir können hier vernünftig auch auf Gänse gehen und auch auf Enten. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. So soll das sein. Endlich funktionieren die Tiere wieder. Wir können die jagen. Wir können die Gänse halt auch wieder ranlocken. Nicht mehr so ganz effektiv. Denn die Kohle wurde ein bisschen reduziert, angepasst. Was aber auch eigentlich nur fair ist. Die haben ja doch übelst viel Kohle gebracht. Auch dafür, dass man die so schnell wegballern konnte. Auch die Cowman 22H, die jetzt beim letzten Mal beim Mississippi Update mit dabei war. Auch die hatten etwas neuen Preis bekommen. Auch für die Munition. Das ist jetzt alles ein bisschen humaner. Auch das ist natürlich super praktisch. Immer noch eine sehr, sehr geile Waffe für Klasse 1 und 2. Das heißt, ideal zum Beispiel eben auch da für den Waschbär. Also auch das lohnt sich jetzt deutlich mehr, das Gerät. Und wo wir schon gerade beim Waschbären sind. Der Waschbär ist jetzt dann eine Klasse hochgegangen sozusagen. Ist jetzt keine Klasse 1 mehr, sondern tatsächlich jetzt auf Klasse 2 hochgestuft worden. Und damit hat man dann natürlich auch mit der neuen Waffe jetzt wieder eher die Möglichkeit, den vernünftig zu schießen. Das lohnt sich. Auch da werden wir natürlich dann die neue Waffe, die Zaza 15, gerne mal mit testen. Und gucken, wie effektiv das jetzt ist. Man hatte anfangs tatsächlich immer ein bisschen Probleme mit der Viren, Klasse 1 sozusagen. Die ihn damit erfolgreich zu schießen. Er ist immer noch weit, weit weggelaufen. Richtig effektiv war das nie. Und jetzt, wo der dann Klasse 2 ist, lohnt es sich doch eher, damit dann auch mal mit den großen Ballermännern drauf zu gehen. Und wenn wir dann auf der Mississippi-Map sind, wurden auch da einige Probleme behoben, was die Alligatoren betrifft. Auch die flogen ja manchmal ein wenig durch die Gegend. Da freue ich mich auch schon drauf. Da werden wir in jedem Fall auch nochmal eine Runde drüber machen und gucken uns an, ob das jetzt mit den Alligatoren wieder richtig funktioniert. Ja, die Waschbären natürlich jagen gehen. Also auch das wird dann in den nächsten Tagen hier noch ausgiebig getestet. Ja, das waren die großen und wichtigen Veränderungen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ein paar Meter geradeaus dem Wind entgegen, suchen uns die ersten Tiere und versuchen einfach mal hier mit den neuen Waffen zumindest mal einen gezielten Schuss zu landen. Na, das sieht doch gut aus hier. Da haben wir doch die erste Chance, die neuen Waffen mal zu testen. Auch wieder hier Close auf dem Truthahn. Zack, getroffen. Müsste gleich runter gehen. Aber hört sich übelst satt an. Und dann geht er runter. Hört sich richtig satt an, das Gerät. Es sind zwar nur fünf Schuss, aber ich glaube, das Ding macht echt Spaß. Es fühlt sich übelst geil an. Wird jetzt schon allein vom Feeling direkt ganz weit oben bei mir gelistet. Und Viren war immer geil, ist auch immer noch geil fürs Vogelschießen. Gerade wenn man mit zehn Schuss da unterwegs ist. Mega. Aber das Gerät hier für Kleintiere. Mega gut, ey. Fühlt sich super präzise an. Auch der Rückschlag fast gar nicht vorhanden. Mega gut. Und da ist er, der Truthahn. Goldwertung Truthahn. Na, ist es denn wahr? Hinten die Haxen getroffen. Und trotzdem noch wunderbar. Geile Wertung. So ein dicker, fetter Truthahn. Immer wieder gut, ey. Top. Geil. Schönes Ding. Goldwertung, passende Muni, alles richtig gemacht. Mitgenommen. Tja, so ein einzelner Truthahn ist natürlich nicht schlecht. Aber so eine Herde von Truthähnen ist noch besser. Versuchen wir es mal auf Long Range. Ich habe auf 150 genullt. Wir haben fünf Tiere. Und ich glaube, wir haben sie alle erledigt. Ha! Insane, der Ballermann. Alter! Und das Erste, was hier landet, ist ein Diamond. Ist es der Hammer. Hier die neuen Icons. Finde ich ganz geil gemacht. Simpel. Nicht so übertrieben. Nicht so kitschig. Finde ich ganz okay. Hätte vielleicht so ein bisschen mehr. Bisschen shiny sein können. Ein bisschen mehr Bling Bling für so ein Diamond. Aber das ist doch geil gemacht. Richtig geil, Alter. Nice. Und das ist natürlich ideal, ne? Wir haben hier genau das richtige Ziel für unsere 223. Guck mal da. Mexikanischer Rotlux. Habe ich drüber geballert oder was? Nee, tatsächlich auch getroffen. Das war natürlich jetzt ein bisschen mies, weil im Vorbeirennen getroffen. Mexikanischer Rotlux. Mexikanischer Rotlux. Aber auch hier sehen wir mit der neuen Waffe, mit der 223 Remington, kommen wir auch hier ganz vernünftig rein. Auch alles passend. Wertung passt. Bronze, Wertung bekommen. Also auch das funktioniert. Vielleicht nächstes Mal ein bisschen gezielter. Aber auch das schmeckte ganz gut. Da vorne haben wir schon direkt den nächsten Kandidaten, der da ruft. Guck mal da. Vielleicht sollte man das auch nochmal testen. Auf Range. Das heißt, er bewegt sich gerade sehr langsam. 160 Meter. Sieben sehr schwer. Und wir versuchen es. Na. Wir haben nur einen Schuss gehabt. Das war der letzte Schuss. Ja, ja. Und ich hoffe, es hat genügt. Wir schauen mal. Und da liegt ja doch auch schon. Goldwertung hier beim mexikanischen Rotlux. Sehr, sehr geil. Hat sich doch auch gelohnt. Auch hier die 223 Leistung gebracht. Sogar durch bis in die Lunge rein. Ja. Wischen knapp dran vorbei am Herzen. Aber auch da ein ganz guter Schuss. Ja. Schönes Tier. Gute Waffe. Und direkt vor uns. Ein Pikari. Das ist natürlich übelst praktisch. Wir sind jetzt auf 75 Meter genullt. Ich nehme das Scope einfach runter. Und wir gehen da gleich. Ich hoffe also einigermaßen gezielt drauf. Wir haben jetzt hier mehrere Kandidaten. Von allen Seiten. Ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich hier links an. Und gehen rechts rüber. Ja. Fünf Schuss. Dann müssen wir nochmal nachsetzen. Das war der letzte Schuss. Und den haben wir versemmelt. Nein. Aber ich glaube, er liegt schon. Oh. Und jetzt wird eskaliert hier. Alter, die machen mich fertig. Nein. Die stacheln. Den haben wir auch noch erwischt. Aber hier sehen wir auch schon die neuen Icons. Leg of Funny, Alter. Leg of Funny. Das ist natürlich hier alles im Nahkampf sozusagen. Ei, 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 ei. Komplett eskaliert. Das ist wilder geworden, als es geplant war. Ich dachte, da kommt jetzt ein so ein Pikari und die... Alter. Das ist alles artgerecht übrigens noch. Munition dafür geeignet. Das ist weitgerecht. Ähm. Insofern. Alles fair. Alles gut. So darf man das. Habe ich gehört. Komplett fair. Ei, 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 ei. Ja. Heftig. Die neuen Ballermänner. Und richtig heftig. Das 308. Knallt gut rein. Na, und wir müssen natürlich noch den dicken, fetten Ballermann testen. Das heißt, die Rhino, beziehungsweise hier die Jubiläumsvariante, die Sundberg 4, 5, 4, 4 bis 9. Und was gibt es da Besseres, als auf ein Stufe 4 Tier zu gehen? Wir haben hier vorne auf 100 Meter Weißwedelhirsch. Komplett übertrieben. Aber dafür macht es halt Wumms. Und wir haben hier auch nicht die durchschlagsstarke Munition, sondern nur die mit der großen Aufpilzung. Und deswegen müssen wir da natürlich ein bisschen aufpassen. Ich rocke mich da mal ein bisschen näher ran. Wir haben jetzt hier gerade noch 100 Meter Distanz zu dem Weißwedel. Und wir müssen da natürlich ein bisschen näher ran. Wir sind jetzt mega close dran. Ganz, ganz nah. 52 Meter. Zu den anderen Tieren 57 Meter. Ich werde natürlich gleich versuchen, mehr als nur diesen hier zu treffen. Das heißt, wir gehen jetzt hier in Position. Müssen ein bisschen drüber aimen vielleicht. Minimal. Das ist ja nicht wirklich viel. Und wenn er jetzt gleich nach oben schaut, versuche ich ihn dann direkt auf der Brust zu treffen. Wie gesagt, wir haben hier eine ziemlich große Aufpilzung. Tendenziell würde ich sagen, halte ich mich vielleicht ein bisschen weiter links, dass in jedem Fall auch dann noch die Lunge mitgetroffen wird. Wobei bei der ganz großen Aufpilzung auf dem Ballermann. Oh, 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 oh. Sollte das doch funktionieren. Jetzt aber los. Seite getroffen. Weiß der Geier wo getroffen. Hintern getroffen. Ja, wow. Und da liegt der Kandidat. Mächtiger Einschuss. Silberwertung hier. Von der Seite getroffen. Mit der Munition, die die große Aufpilzung hat. Das heißt, gar nicht so weit durchgekommen. Da durchgekommen. Aber trotz allem ein gewaltiger Schusskanal. Und dadurch lag der Weißwedel natürlich auch richtig schnell. Sehr, sehr gut. Funktioniert top. So muss das sein. Da liegt direkt der Nächste. Auch seitlich getroffen. Oh, keine Wertung. Was haben wir getroffen? Ja, trotz allem durch den Knochen noch durch. Und auch da in die Lunge rein. Sehr gut. Passende Munition. Aber, ja, leider keine Wertung. Trotz allem übelst effektiv. Der neue Ballermann. Wenn das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren. Einen Daumen da lassen. Wie gesagt, hier folgt in den nächsten Tagen noch einiges von dem neuen DLC. Von den Verbesserungen. Wir gehen jetzt auf die aktuell neu überarbeiteten Maps. Und schauen uns da Stück für Stück an, was sich alles verbessert hat im Game. Weidmannsheil, ihr Lümmels. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.